Fernseher aus, rausgehen und rausfinden, wie die Menschen wirklich sind. Zum Beispiel, wenn du Richtung Iran fährst, wo jeder irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, oh mein Gott, ihr fahrt in den Iran. Mit Kindern. Mit Kindern. Und da rennen doch alle irgendwie, ne, und dann fragen dich die Iraner dann, sag mal, hast du eigentlich schon mal so einen hier gesehen? Dann diese euch in den Nachrichten zeigen, so mit den Bärten und den Bombengürteln. Dann sagst du, nee, wo habt ihr denn die? Also einfach offen sein. Und dann kommt das auch offen zurück. Und je weiter du in Gegenden kommst, von denen man dir abrät, desto hilfsbereiter und offenherziger sind die Menschen. Das ist wirklich auffällig, finde ich, beim Reisen. Hallo, ich bin der Tino. Hey, ich bin die Lena. Ich bin die Anne. Ich bin die Juli. Hallo, ich bin Madita. Das ist der Kalle. Und ich bin die Verena. Das ist der Eddie. Und wir leben in diesem Wohnmobil. Ja, wir stehen ja gerade mitten in der Küche. Hier ist unser Herd mit zwei Kochfeldern. Wir kochen mit Gas. Wir haben eine größere Kochflamme und eine kleinere. Und nebendran haben wir so ein kleines Waschbecken mit unserem Wasser. Wir haben nur kaltes Wasser. Wir haben ja keinen Boiler im Auto, sondern, ja, machen es kalt. Oder wenn wir es für Tee brauchen, dann machen wir es warm. Oder zum Abwaschen, zum Wäsche waschen. Dann, ja, machen wir auf dem Gasfeld schnell Wasser warm. Hier haben wir unseren Küchenschrank. Ist einfach, das heißt einfach, wir hatten die Idee aus dem Ikea die Malmüllkommode zu holen. Weil die so schön praktisch große Schubläden hat. Und, ja, so können wir für uns ja alles schön einsortieren. Da haben wir hier oben Besteckschub. Die Gewürze, die wir so brauchen. Halbwegs ordentlich versucht einzusortieren. Hier ist unser Schub mit den Schüsseln, die wir so zum Mittagessen nehmen. Oder wenn es Obstzeit gibt. Wir hatten damals mal so mit drei Schüsseln angefangen. Als unsere Lena geboren war, haben wir noch viel Campingurlaub gemacht. Noch mit Zelt in Skandinavien unterwegs gewesen. Und, ja, seitdem begleiten uns also schon diese Schüsseln. Und es kommen immer wieder mal welche dazu. Jetzt haben wir sieben. Dann haben wir hier unsere Kaffeemühle. Wir mühlen unseren Kaffee jeden Morgen noch selbst mit unserer Mühle. Das mögen wir irgendwie. Den Duft und irgendwie das entspannt so, wenn man den noch so selber malt. Ja, und hier unten. Das ist praktisch im kleinen Auto. Man kann sich ja gleich gegenüber hinsetzen. Haben wir Töpfe. Zwei Stück. Und einen Teekessel. Nochmal separate Teekann. Die nehmen wir ganz gerne. So kochen wir unseren Shai. Viele kennen das vielleicht so. Wer schon mal in der Türkei wäre, dem begegnet das überall. Auch hier in Bulgarien heißt das, Shai trinken. Ja, wo wir dann hier unten das Wasser kochen. Und oben der schwarze Tee reinkommt. Und wird dann einfach aufgekossen mit heißem Wasser. Und so 15 Minuten ziehen lassen. Leicht köcheln lassen. Und dann kann man sich den so. Und die Kinder lieben das. Weil da gibt es dann so kleine Schallgläschen dazu. Und die können die sich dann selber füllen. Je nachdem wir starken und denen halt dann möchte. Mit Wasser verdünnen. Kommt bei uns sehr gut an. Und hier hat der Tino noch so ein Fach gebaut. Von der Größe extra für unseren, haben wir so einen ganz tollen. Das ist unser Hans. Der heißt wirklich so. Mein Hans. Das ist so ein Alleskönner-Top. Ja, den finden wir total klasse. Der kann, dem kochen wir eigentlich wirklich alles. Der läuft über Solar. Und, ähm, also über Strom. Wir nutzen da Solar dafür. Und wir kochen ja Kartoffeln, Reis, Nudeln. Drin. Wir backen das Brot drin. Und der hat einen Dampfdruckregler sogar. Wenn man dann für Reis, dann kann man hier, schließt man einfach. Und da kocht der mit Dampfdruck. Beim Brotbacken brauchen wir es nicht. Dann öffnet man einfach die Luke. Und, ja. Also der, wir sind total begeistert. Der läuft bei uns eigentlich wirklich jeden Tag. Weder zum Kochen oder zum Brotbacken. Wir backen alle zwei Tage Brot. Das brauchen wir bei unserer Familiengröße. Da habe ich im Kühlschrank einen Sauerteig stehen. Und da gibt es dann Dinkelbrot und Sonnenblumenkern für unterwegs. Und so ist es halt wirklich möglich, mal lange an einem Ort stehen zu bleiben. Also wir sind ja jetzt eher langsam unterwegs und wechseln nicht täglich unsere Stellplätze. Und wenn wir jetzt mal so einen tollen Platz so an einem Fluss haben, wo die Kinder baden gehen können. Und ja, wo es einfach entspannt und toll ist und wir da die Ruhe genießen. Dann sind wir unabhängig, weil wir, wie gesagt, hier unser Brot drin machen können und alles drin machen können. Dann müssen wir nicht wegen Einkaufen ständig wieder alle Zelte abreißen und irgendwie alles autosicher einräumen. Ja, einräumen, sondern wir können ja wirklich lange, lange stehen. Also zwei Wochen schaffen wir schon gut, ohne mal einkaufen zu gehen zwischendurch. Krass, bei sieben Personen. Bei sieben Personen, ja. Wir haben Wasserfilter auch dabei. Kann der Tino dann nochmal näher erklären. Also wir können ja auch das Wasser dann filtern aus dem Fluss und zum Trinken nehmen. Und ja, passt das. Es ist wirklich gut. Irgendwie begann es in unserem Thailand-Urlaub. Ja, 2016. 2016 war das. Dann haben wir sieben Wochen. So Backpack mit vier Kindern damals gemacht. Mit Rucksack so durchs Land gezogen. Und irgendwie kamen uns die sieben Wochen im Nachhinein total kurz vor. Es wollte niemand nach Hause, auch von den Kindern nicht. Das war ganz schlimm, ja. Es gab ein großes Drama eigentlich, dass es dann irgendwie zu Ende war. Aber irgendwie zu der Zeit haben wir auch noch keine andere Möglichkeit auch gesehen. Es war ja nochmal die Ferien noch plus Verlängerung und irgendwann mehr geht halt nicht. Dann dümmelte das so vor sich hin. 2017 war man Canufahren in Frankreich. Und dann wussten wir ja, Kalle wird kommen. Na ja, dann haben wir gedacht, okay, dann sind wir nochmal unterwegs. Und da war eigentlich für uns stand das Fest, ja, wir würden mit dem Rucksack irgendwie wahrscheinlich in Asien unterwegs sein. Und dann sind wir irgendwie über einen Blog oder Facebook, ich weiß es gar nicht mehr, sind wir irgendwie auf Reiseberichte von irgendwie anderen Familien gestoßen. Ja. Und dann haben wir angefangen mal kurz zu googeln so nach so Autos und so überlegt, man könnte ja auch mit dem Auto vielleicht fahren. Und ja, und dann irgendwie, Verena ist irgendwie gerade unterwegs gewesen und dann habe ich gesagt, ja du, fahr mal da in Chemnitz vorbei, da steht so ein Auto. Und dann guckst du mal, nur mal gucken, ob man sich da quer reinlegen könnte, weil das wäre wichtig, so eine Raumaufteilung. Dann haben wir gesagt, getan, dann wollen wir noch zweimal gucken und dann haben wir gekauft. Also wo wir ihn gekauft haben, da waren elf Sitze drin, da war eine Polizei vorher, ein Mannschaftsgruppenwagen und hat in Erfurt gedient. Die haben wir rausgemacht zum Großteil, hatten dann ganz simpel am Anfang erstmal hinten ein Bett drin, dann hatten wir oben hier, da gab es das noch nicht, da gab es so eins zum Runterlassen von der Decke. Das ganze Auto war einen halben Meter niedriger, vorn gab es den Alkofen noch nicht, die Lena, die hat vorn auf einer Matratze, die man über so Fahrer-Beifahrer sitzt, ganz simpel, hatten geschlafen. Ja, so sind wir losgezogen. Als wir dann, ich weiß gar nicht mehr, ja im Frühjahr, genau, dann das Frühjahr drauf, wo wir dann in der Türkei waren, da hat man dann entschieden, ja wir machen alles nochmal neu. Und wo wir dann noch wirklich rausgefunden haben, das ist so die Form, wie wir reisen wollen. Da haben wir den ganzen Innenausbau nochmal rausgefäffert dann, da kam das Hochdach dann, halben Meter höher alles, vorn der Alkofen dran und jetzt haben wir sieben Betten, ohne dass wir umbauen müssen. Und hinten sind unsere Klamotten, ganz hinten mein Bett. Und ja, hinten, da haben wir so ein Regal. Da sind Boxen drauf, wo sie ganz Klamotten drin sind und Kuscheltiere und alles mögliche ein bisschen. Ja, also ich schlafe hier alleine mit dem Rund. Hier ist meine Anziehsachen-Kiste. Dahinten ist mein Schulzeug und mein Schultaggebuch für beruflich reisende Kinder. Wie ist es denn, wenn man als Einzige ein eigenes Zimmer hat? Angenehm. Also es ist entspannter, wenn man sich mal so zurückziehen kann oder alle anderen. Es ist bei uns noch ein bisschen anders, weil wir jetzt unterwegs auch arbeiten und mit letztendlich einer Arbeit, die auch eine Reisetätigkeit erfordert. Und wenn das der Fall ist, dann nennt sich das sozusagen beruflich reisend. Und das kann man ganz offiziell beim Bildungsministerium dann anmelden. Sprich, die Kinder sind ganz normal in der Schule. Die bekommen auch Schulaufgaben gestellt dann und dann die Unterstützung von der Schule, wenn sie nötig ist, weil wir was nicht abdecken können. Und sobald sie in Deutschland sind, unterliegen sie dann auch der Anwesenheitspflicht. Wenn sie nicht in Deutschland sind, weil wir reisend unterwegs sind, beruflich, sind sie mit uns. Und es gibt aber auch vom Ministerium, also es gibt direkt vom Land, vom Bundesland dann nochmal Lehrkräfte, die auch über die Ferne auch betreuen, wenn man das möchte. Das sind die gleichen Lehrkräfte, die zum Beispiel zu den Schaustellerfamilien hinfahren, die zu Zirkusfamilien hinfahren. Und die können auch in gewissem Maße dann sowas auch aus der Ferne unterstützen, je nachdem, wie man das auch. Und ja, sicherlich, wenn man jetzt vielleicht eine sehr konservative Schule hat, die dann auch sehr auf penibelste Erfüllung während der Abwesenheit braucht, dann kann das sicherlich anstrengender sein. Unsere Schule geht da zum Glück auch mit uns insoweit konform, dass man sagt, also es muss am Schluss so passen, dass das Kind ohne Rückstand auch in die nächste Klasse kommen kann. Also es gibt wirklich Phasen, in denen rennst du eigentlich gegen die Wand. Dann kommen wir dann auch zu dem Punkt, wo man einfach sagt, wir lassen das jetzt mal eine Weile sein. Und dann gibt es halt Phasen, wo wirklich, zum Beispiel die Juli, also das ist jetzt, das ist richtig krass, die hat in drei Wochen, hat die fast den ganzen Jahresstoffen in Mathe durchgemacht. Die hat wie eine Irre sich auf Mathe gestürzt. Die hatte so eine Freude, die hat dann so einen Spaß gemacht. Die wollte gar nicht aufhören und dann hast du immer gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, aber ich will nicht aufhören heute. Und dann, das ist irgendwie, weil vorher, die sind, das ist wirklich anders. Und dann, das passt dann auch so gar nicht in unser Bild davon. Aber das geht auch wieder. Dass solche Phasen kommen und gehen. Jetzt ist wieder Ruhe, das Thema Mathe. Ja, jetzt ist das Thema Mathe nicht mehr ganz so beliebt auf einmal. Und so, ich denke, es wäre schwierig, wenn man jetzt wirklich sagen müsste, ja, wir müssen jetzt in der Woche das und das machen. Und so sind bei uns die Aufgaben eigentlich auch von den Zeiten wirklich so, dass wir, ja, eher so in Monatsbereichen oder so, dann uns das einteilen können. Und dann, das ist auch für die Kinder schön, aber gerade, weiß ich, du bist irgendwo an einem schönen Platz oder so, dann haben die auch keine Lust. Oder wenn du irgendwie mal irgendwie viel fahren musst oder so. Oder wenn wir gerade, sagen wir mal, beruflich dann viel zu tun haben, mal irgendwo, dass du nicht helfen kannst und so, dann hast du immer so ein Auf und Ab. Naja, das ist ein ganz normaler Haushaltskühlschrank, den wir hier eingebaut haben. Ja. Und unter den Sitzbänken, also den Sitzbank hier oben kann man so anheben. Und hier haben wir jetzt, naja, so ein bisschen Nahrungsmittel, was sich hält, was nicht gekühlt werden muss. So Mehl und Nudeln und Reis und Linsen und Kaffee, das verstauen wir alles dann hier drunter. Für die Privatsphäre, ein kleiner Vorhang. Und hier haben wir unsere, so eine, ja, Trendtoilette mit zwei Behältern, kennen bestimmt viele von euch. Ja, genau. Funktioniert einwandfrei. Dusche haben wir nur eine Außendusche. Reicht uns aber im Sommer. Die ist schnell hinten angebracht am Auto. Und ja. Wie habt ihr das im Winter gemacht in Griechenland? Da standen wir ja viel am Strand, wir sind da im Winter auch viel baden und wir haben schön Wetter, wir duschen da trotzdem draußen. Also da sind wir hart, man gewöhnt sich dran. Also wie ihr seht, da haben so ein Mensch-Ägert-Nicht-Spiel dabei. Wir haben Playmobil dabei, das steht draußen auf der Decke, das haben die Kinder. Wir haben eine Kiste mit ein paar Büchern dabei, gerade für die Größeren so zum Lesen. Und ansonsten zeige ich mal, müssen wir mal kurz hier hintergehen, haben die hier unten, wir stehen bergab, deswegen so einen Malschub. Also hier sind Stifte drin und Papier- und Ausmalhefte. Die Mädchen, die malen alle sehr, sehr viel und gern. Und hier ist dann so eher ein Fach für Kalle und Madita. Also hier ist dann so ein paar Lego-Optos und so kleinere Spiele. Das sind so oft so Kartenspiele. Hauptsächlich Uno und haben wir noch hier drin und kleine Püppchen. Ansonsten spielen die Kinder eigentlich die meiste Zeit draußen. Also wenn wir neu am Platz ankommen, da sind die meistens erstmal verschwunden. Da wurde erkundet, da wurde ein Geheimversteck gesucht und da wurde eine Bude gebaut. Oder am Strand Muscheln gesammelt, Steine gesammelt und dann werden Steine bemalt. Und Muscheln bemalt, ein paar haben wir hier ausliegen, zum Beispiel in unserer Fäckerminze. Wobei wir sagen müssen, dass wir eigentlich schon sehr gut harmonieren alle zusammen, also auch die Kinder untereinander. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier irgendwie jeden Tag Streitereien sind und irgendwie jemand eingeschnappt ist oder so. Das ist nur nicht der Fall. Das ist richtig. Das fühlt sich eigentlich ganz gut so. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, die sind ja alle so durchgestuft, aber es gibt jetzt keine große Lücke. Ja. Dass so wirklich sich so harte Lager bilden, sondern du hast dann wirklich dann, dass gerade so bei den, also bei der, ja, so das, gerade so die mittleren Kinder, sag ich mal, dass die sich auch so absolut orientieren. Denn die spielen mal mit den Jüngeren, mal mit den Älteren und so, so gruppiert sich das auch immer neu. Und, ja, es mischt sich immer wieder mal neu. Und, ja, zum Beispiel auch die Lena oder sie kann mit einer Ausdauer auch mit der Madita da nochmal mit, mit, mit Playmobil spielen. Was sie sich absolut nicht anrühren würde, wenn sie jetzt, sag ich mal, keine jüngeren Geschwister hätte. Und dann, oder wo vielleicht auch, wenn die Geschwister dazwischen nicht da wären und du hast dann nur einen Geschwister mit viel Abstand, wo dann dieser Draht vielleicht auch gar nicht mehr da wäre. Weiß nicht, ob es da rein liegt, keine Ahnung. Das haben die Kinder bemalt, damals, bevor wir los sind, so zwei Tage vor Abfahrt. Weil man konnte nämlich vorher noch, jetzt kannst du immer noch sehen, jetzt hier, da siehst du nämlich noch das Polizeidurchschein. Da haben wir gedacht, das geht gar nicht irgendwie, wir wollen nicht mit dem Polizeiauto durch die Gegend fahren. Eine große Büchse, also eine große Kiste Graffiti-Farben geholt, alle möglichen, ein paar Düsen und dann ging das los und da haben wir was ringsrum. Ich mach das mal zu, dass man das besser sehen kann. Genau, und das sind die Kinder ringsrum alles verschönt dann. Ja, wo wir damals losgefahren sind, war das alles auf dem Dach. Da war das Dach niedriger, da hatten wir ein begehbares Dach und da hatten wir unglaublich viel Taschen und Kisten und so auf dem Dach obendrauf. Und als wir das Dach handeln haben wir das erhöhen lassen, dann musste das ja irgendwo hin. Dann haben wir uns auch in der Türkei, dann diese tolle Box besäugt. Und das ist sozusagen unser brutaler Kleiderschrank für alles, also für, ja, wenn die Kinder Konflikte haben, die Boxhanschule. Aber Wasserschlauch und, was haben wir denn noch hier drin, außer Schwimmflossen? Ein bisschen versteckt. Da ist noch das Laufrad drin, vom Kalle und das Fahrrad von der Madita und dahinter ist noch der faltbare Bollerwagen. Ja, das Bobbycar und von allem irgendwie, was man noch so unterwegs braucht. Und ganz unten drin sind noch die Sandbleche, wenn wir uns mal wirklich festgefahren haben. Haben wir auch schon gebraucht. Meistens wegen mir. Ich dachte, da komme ich noch schnell durch. Oder ich parke bloß nochmal schnell fünf Meter am Strand um. Da haben wir dann noch aus der Zeit, wenn wir so mit einem Kanu unterwegs waren und so, hat man den halt vorher. Dann legst du einfach rein ins Wasser und dann kannst du loslegen. Das ist irgendwie so ein Mikrofaserfilter und der kann halt Bakterien und Viren rausfiltern. Und ja, mir war wichtig, dass er ohne Aktivkohle ist, weil dann frieren die auch nicht ein. Weil wir den halt auch irgendwie mal im Winter oder so dabei hatten. Und dann, ich möchte kein Wasserfilter mit in den Schlafsaal nehmen müssen. Wir haben ein Unternehmen gegründet, wie gesagt, die Verena, zur Beratung von kleinen Unternehmen und mittelgroßen Unternehmen. So im touristischen Bereich, also so im Ausland. Wo wir sozusagen, ja, sagen wir so dem kleinen Hostel irgendwie um die Ecke da helfen, vielleicht sich ein bisschen besser so zu vernetzen, so gerade Richtung Ausland. Wo es so, da geht es los bei sprachlichen Hürden, bei IT-Hürden und so nach, ja, so ein bisschen, weiß ich, zum Beispiel, was kann man denn dem Gast bieten, wenn er kommt vielleicht? Wo kann man sich vielleicht mit anderen noch vernetzen, um da dem noch irgendwelche tollen Sachen anbieten zu können, wenn er dann einmal hier gelandet ist? Ja, und wie eine Tour zu einer Sehenswürdigkeit, die da in der Nähe ist, dass man das so verbinden kann und klemmt anbieten kann. Ja, wir sind eigentlich drauf gekommen, weil wir ja eigentlich solche Unterkünfte auch viel mehr mögen. Und was das irgendwie auch bunter macht dann, ja. Und dann, ja, gut, ist jetzt, seit jetzt sicher, so mit Tourismus, muss man jetzt nicht groß erzählen, das ist im Moment ja ein bisschen nix. Und bei uns dementsprechend im Moment auch sehr trübe. Für Lebensmittel, naja, sind das schon so zwischen 500, 600 Euro im Monat? Und je nach Land, wo man jetzt hier Griechenland-Bürgarien so nimmt, kommt das schon hin, wenn man jetzt östlicher fahren würde, wäre es dann weniger, weil es am günstiger ist, da wird es deutlich weniger. Und Benzin ist, oder Diesel bei uns, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn wir lange irgendwo stehen, wie jetzt Griechenland-Lockdown, wenn man da lange so irgendwo am Strand mal längere Zeit steht, braucht man fast gar keinen Diesel. Keine Unterkunftskosten, insofern, ja, hast du nur das, was du wirklich verbrauchst, dann. Ja, da reichen die tausend. Ja, und toi toi toi, also, unser Freda hier, unser Auto begleitet uns auch fast reparaturfrei bisher. Ja. Also wir hatten minimalste Sachen. Und wenn du alles zusammennimmst, hat man in den zwei Jahren vielleicht um die 200 Euro Reparatursachen. Und das, also das habe ich daheim nicht mehr mit meinem Golf geschafft. Es sind sieben Sitze, wirklich genau. Also wir haben ja hier vorn, logisch, der Fahrer, dann ist hier eine Doppelsitzbank, da sitzt hier der Kalle. Und dann kann noch einer daneben sitzen, sitzen die drei vorn sozusagen und hier Doppelsitze, setzen sich vier am Tisch gegenüber. Der Tino, ich und der Kalle, wir schlafen hier hinten, so quer liegen wir. Das passt auch genau von der Länge. Wir sind jetzt nicht so groß, 1,76 und da passen wir gut dahin. Ich hatte eine Beziehung gehabt und da haben wir auch eine Fernbeziehung probiert, aber das ging nicht. Das ist einfach eine zu weite Entfernung und da ja auch nicht klar ist, wie oft man sich dann so sieht. Also man kann nicht sagen, dass man sich nach zwei Wochen wieder sieht oder nach drei, sondern es ist auf unbegrenzte Zeiten schwierig. Tendenziell, du sagst es schon Teenager und ich denke, das wird dann auch mittelfristig irgendwie das Ende dann, die Toreinläuten dann. Weil wir haben gesagt, wir machen das so lange, wie alle drauf Bock haben und wie es allen Spaß macht. Und ja, es gibt dann irgendwann Bedürfnisse, die kannst du einfach, die können Geschwister nicht erfüllen. Und das muss man sehen, also wie gesagt, im Moment ist es ja so, dass wir das, ab und zu sind die Kinder ja mal, dass sie nach Hause fliegen, die Schulkinder mit der Verena, aber das ist natürlich nicht in der Sache, wo du sagst irgendwie, da können sich Beziehungen irgendwie entwickeln dann und ja, mal schauen. Kann ich ganz zeitlich nie sagen oder wir können es zeitlich nicht sagen, aber das wird eigentlich, ja, das wird dann der Punkt sein, wo wir sagen, gut, schön war es und geht zurück nach Hause. Und dann kommt das, was sich die Kinder schon immer gewünscht haben, dann gibt es Hühner und jeden Tag ein Ei. Das Wetter ist auch so der Hauptfeind, also wenn es dann wirklich mal so den zweiten Tag, dritten Tag hintereinander wirklich schifft, dann wird es bitter. Dann merkt man, dann fehlt einfach die Bewegung und dann kann sich keiner mehr ausweichen. Und das kann man noch nicht mehr schönreden. Nein, das ist dann, dann wird es ein bisschen anstrengend, ja. Dann freuen wir uns, wenn vielleicht ein WLAN in der Nähe ist. Ja. Dann kann man einen Film gucken oder so, aber sonst. Richtig, da kannst du einen Film schauen oder du bist gerade in einem Land irgendwie, wenn es passt dann, dass du irgendwie sagst, du hast nochmal irgendwie, du bist in der Nähe, wo du eine größere Indooraktivität hast oder so, aber jetzt, ja, zum Beispiel gerade jetzt kriege ich ein Land im Frühjahr, wo das Wetter manchmal noch nicht so prall und trotzdem war dann schon eine Ausgangssperre und du hängst im Bus fest. Oder zumindest an dem Strand, an dem du stehst, fest, aber dann nutzt du ja auch nichts, wenn es regnet. Also es gibt Momente, die, ja, die irgendwie nervig sind, wenn du zum Beispiel irgendwie keinen Platz findest, so. Wenn du dann irgendwie so fährst, fährst und irgendwie, du willst eigentlich schon lange angehalten haben und irgendwie jetzt nicht geklappt. Die Kinder haben Hunger. Die Kinder haben Hunger, die Stimmung kippt, weil irgendwie der Blutzucker abfällt. Und ja, und dann kommst du irgendwo an und denkst, hier ist schön und dann ist es dann doch nicht schön. Und sowas ist nervig. Den Versuch mal aus dem Wege zu gehen, wir machen eigentlich, wenn wir fahren, immer so eine Zwei-Stunden-Fahrt höchstens. Und dann, dass wir auch wirklich genug Zeit haben, dann irgendwo was zu finden. Und am Schluss, ja, was wir mittlerweile auch, wir können auch mal ganz easy auf dem Kaufheim-Parkplatz stehen. So bei Kaufland und haben da auch kein schlechtes Gefühl. Und dann, also wir haben nicht, wir müssen nicht jeden Tag so einen Vanlife-Instagram-Parkplatz haben. Nein, die Kinder freuen sich zum Frühstück über Croissants aus dem Kaufland. Genau, da hat gezeigt, genau, zum Frühstück Croissants. Wie ist das eigentlich? Vermisst du manchmal so ein bisschen zuhause oder dein altes Leben? Also manchmal ja, aber eigentlich meistens nicht, weil hier ist man oft auch mehr beschäftigt. Wenn man ständig an den Plätzen ist, finde ich es schön. Es ist beides schön. Wir wussten auch nicht, ob es funktioniert. Also wir haben uns aber auch gesagt, also uns war im Vorfeld klar, ja, wenn das jetzt nicht klappen sollte und wir uns hier alle auf den Geist gehen und merken nach drei Monaten, ach Hilfe, wir streiten uns nur und das geht alles überhaupt nie. Wir hatten Rucksäcke dabei, also wir hätten das Auto irgendwie stehen gelassen, verkauft, was auch immer und wären irgendwie nach Thailand geflogen. Das war, ja, also das war wirklich der initiale Plan, wo wir, oder der initiale Gedanke, wo wir losgefahren sind damals mit dem ersten Ausbau Mitte 2018, da haben wir gesagt, also wenn das nicht klappt und wenn das irgendwie alle nur anderhaft in einem Auto festzuhängen, dann verkaufen wir das Ding unterwegs und dann geht es so weiter. Aber wir machen uns nicht sozusagen so zum Skarven von dem Vorhaben. Und ja, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man es abbrechen würde und irgendwie feststellt, das ist nichts für uns. Also wir haben auch Leute getroffen, die irgendwie festgestellt haben, das ist einfach nichts für uns. Das stresst uns nur mit dem Reisen. Ja, gibt es auch. Wir haben jetzt nichts dagegen, in einem Bus zu wohnen, aber wir wollten nicht mehr rumfahren. Die einfach keine Lust mehr hatten, einfach weiterzufahren oder irgendwo ankommen wollten, aber dieser Platz einfach noch nicht gefunden war, die dann wieder heim sind. Und das ist nicht schlimm. Ich meine, ja, macht jeder seine Erfahrungen und trotzdem hatten sie eine schöne Zeit zusammen. Und ansonsten, ja, vielleicht kann man noch raten, also einfach zu überdenken, was brauche ich wirklich unterwegs. Gerade wie wir am Anfang losgefahren sind, also wir hatten weder eine feste Kochgelegenheit, noch hatten wir eine Spüle oder so. Und das funktioniert alles, wenn man es will. Dann kommt es vielleicht auch noch darauf an, wir kommen auch vorher so vom Zelten und so. Also wenn man, sagen wir mal, vielleicht immer nur All-Inclusive-Urlaub gewohnt ist und noch nie in Zelten war, ist das sicherlich auch nochmal was anderes. Also wie wenn man vom Zelt einfach dann in einem festen Ding schläft und trotzdem irgendwie beim Zelten weiter draußen abwäscht, meinetwegen, dann ist es so, weil das vorher auch so war. Ansonsten, und so kann man halt das Budget auch viel kleiner halten. Man muss da nicht irgendwie am Anfang kleine Unmasse Geld ausgeben. dann umreisen zu können mit dem Auto. Auch als Familie. Da haben wir auch Familien getroffen mit brutal sportanischen Ausbauten. Ja. Und das funktioniert genial. Das ist eine Wunderheit. Wir haben eine Familie mit einem Dachzelt getroffen, mit vier Kindern. Mit vier Kindern. Pkw und Dachzeltrauben. Ich dachte, wie viel steigen aus diesem Auto aus? Also insofern, dieses ganze Ja und was mache ich wenn, das ist so, das fällt mir auch manchmal nicht leicht. Die Verena ist da eher so der Macher bei uns. Und die dann sagt, jo, das machen wir jetzt einfach. Und dann, aber je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr Sachen fallen einem ein, was dann irgendwie schief gehen könnte und was ein Problem sein könnte. Und was man immer raten kann, nicht zu viel Plan zu machen. Also auch so von der Reiseroute. Jetzt schon zweimal nicht mehr. Aber auch vorher, dass man sich auch nicht so einen Zeitplan hingibt. Weil man kann sich nie vergleichen mit so einem Zeitplan von so einem Pärchen. Dann bis wir irgendwie die sieben Sachen eingepackt haben und dann weitergeht. Und dann nach der ersten Stunde hat der erste irgendwie Hunger. Und dann, wenn überhaupt, wird es staut eigentlich keine Stunde. Dann hat der erste Hunger, dann muss der andere aufs Klo und dann will der andere nicht mehr fahren. Und da sind auch die Bedürfnisse auch ganz anders. Einfach drauf zukommen lassen. Ja, wenn Familien, die sich für das Thema interessieren oder die mal sehen wollen, wie das mit fünf Kindern irgendwie so unterwegs abgeht. Ist ja nicht anders, wie vielleicht mit weniger Kindern. Aber wie das so, wenn man mit Vanlife auch mit einem relativ einfachen Ausbau funktionieren kann. Wir haben einen YouTube-Kanal. Ich weiß mal YouTube auch, Van4Seven. Und da ist eigentlich das unverblümte Großfamilienleben, sage ich mal. Ungehübscht kann man das da sehen, wie das da vonstatten geht. Untertitelung des ZDF, 2020